Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, das ist die Ausgabe vom 8. April 2024. Das ist der Mäntig, Camilote und Markus Somm. Gut, Dominik Freusi, unser Kollege, erstens ist er in der Ferie, zweitens hat er aber noch eine gute Geschichte gemacht, letzten Freitag, in seinem Bundeshausbriefing. Wer es nicht hat, sofort abonnieren, wer in Bern rauskommen will, muss das lesen. Und zwar geht es um die Parlamentarierentscheidigungen. Da ist heute in Bern ein Thema. Das ist ein Thema. Gut, um was geht es genau? Ja, es ist so, die Frage stellt sich ja immer wieder, sei es jetzt auf Gemeindekantons- oder Bundesebene, die Löhne von den Parlamentariern. Und jetzt hat man gesagt, man möchte in der Staatspolitischen Kommission im Nationalrat etwas machen. Es gab drei Vorstöße und heute behandelt die Staatspolitische Kommission vom Ständerat die Vorstöße. Und zwar geht es darum, dass man sagt, man hat nicht genug Geld für die persönlichen Mitarbeiter. Bis jetzt sind es 33'000 Franken pro Jahr. Und das Argument, wieso das jetzt muss höher sein, ja, man könne sich nur einen Student leisten in dem Sinn, obwohl es eigentlich darum geht, Parlamentarier zu entlasten. Sie können ja auch diese komplexe Geschäfte behandeln, dass man so Vorstöße eins. Gut, also nochmal sagen, als Nebelspalter, wo natürlich systematisch die junge Studentinnen und Studenten schlecht zahlen, bin ich absolut der Meinung, 33'000 ist ja viel zu viel. Bei uns gibt es einfach eine warme Suppe, oder? Ja, warme Suppe. Eine warme Suppe und ab und zu einen Kaffee. Aber nein, also es geht eigentlich immer um das Gleiche, oder? Also ich meine, wir können vielleicht auch, ob wir jetzt so ein Detail eingehen oder nicht, das ist ja grundsätzlich einfach so, die Leute sind faktisch schon lange eigentlich Berufspolitiker und sie wollen noch mehr Berufspolitiker werden und wollen noch mehr Geld. Und jeden solchen Vorschlag sollte man absolut ablehnen, wenn man das Milizsystem der Schweiz für ein gutes System hält. Ja, Breves, es ist gerade das, wo du sagst, Berufstätig sollte man eigentlich sein, aber die meisten sind Berufspolitiker geworden. Darum ist auch die AHV und die BVG natürlich ein Thema in dem Vorstosspaket. Jetzt ist es so, die Löhne sind AHV-Pflichtig. Bei der BVG hat man pauschal, aber keine Beitragspflicht. Dort möchte man das verbessern. Man möchte auch eine obligatorische Unfallversicherung für Parlamentarier. Ich habe nicht gewusst, dass es im Bundeshaus so gefährlich ist. Es ist sehr gefährlich, vor allem natürlich auch in der Freizeit. Das ist ja wahrscheinlich immer das Gleiche. Es geht ja auch um einen Nichtbetriebsunfall, wobei, da können Sie ja die Krankenkasse versichern. Aber auch das ist eigentlich ein interessanter Vorstoss, weil es genau zeigt, man will aus dem einen normalen Beruf machen. Und das soll es einfach nicht sein. Und was eben das Perverse ist, viele Leute verstehen das nicht, logischerweise, die nicht im Bundeshaus gearbeitet haben. Es ist eben so, die Parlamentarier können eben im Prinzip ihren Workload auch selber ein bisschen beeinflussen. Sie können natürlich immer mehr Sitzungen machen. Sie können schauen, dass eine Sitzung am Montag, um 6 Uhr am Abend anfängt und dann eben auch eine Übernachtung drin ist. Das gibt dann wieder eine Entschädigung. Und vor allem ist es dann rein zeitlich viel, viel anspruchsvoller. Und das ist ja der Punkt, dass sie immer wieder jammern und sagen, man kann gar nicht mehr anders. Aber sie machen natürlich nichts, damit das effizienter gemacht werden kann. Und früher ist das auch gegangen. Und dann kommt immer natürlich das Argument, ja, heute ist alles viel komplexer. Also ich muss sagen, bei dieser grossen Bundesverwaltung, wo sowieso unsere Parlamentarier immer alles durchwinken, muss ich sagen, das ist gar nicht mehr nötig. Und einen automatischen Nachvollzug von der EU haben wir ja auch noch. Eigentlich braucht man die Parlamentarier gar nicht mehr. Trotzdem stören Sie sich an diesen vielen Sitzungen, weil Vorstoss 3 thematisiert Vereinbarkeit mit der Familie. Man sagt eben, es ist natürlich hart, viermal im Jahr, drei Wochen Session, dann ist man weg von der Familie. Und ja, dann müsste man sich jetzt den Rhythmus neu überdenken, ob das nicht familienfreundlicher gestaltet werden kann. Also dass man nicht nur in drei Wochen, viermal im Jahr ist, sondern dass man noch viel, viel mehr in Bern ist für kürzere Zeiten. Hm, so kann ich nicht, was ich da so sagen soll. Irgendwie erstens normalerweise... Es ist mehr Richtung Berufspolitik. Ja, erstens, aber man hat ja meistens noch einen Partner. Also die meisten sind ja nicht alleinerziehend, die im Parlament sitzen. Wäre auch nicht unbedingt gut, weil irgendwo ist das eigentlich, muss man jetzt auch mal sagen, nicht eine günstige Konstellation, die man sollte als Vorbild halten. Wenn man alleinerziehend ist, hat man häufig nichts dafür. Deshalb wollen wir das auch nicht denunzieren. Aber man sollte es auch nicht unbedingt jetzt gerade als grosse Errungenschaft heinstellen. Aber noch einmal, der Punkt ist, der Berufspolitiker ist klar, wie du sagst, am Schluss sind sie die ganze Zeit in Bern. So wie das in Berlin ist, wie das in Paris ist, wie das in Washington ist oder wie das auch in Brüssel ist. Man hat das wahnsinnig gerne. Es ist auch immer so eine Schulreisestimmung im Bundeshaus. Man kennt sich alle, man hat sich alle gerne, selbst über Parteigrenzen hinaus. Das ist eine eigene Klasse geworden und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für das Land, es ist aber auch nicht gut für die Politiker selber. Weil sie verlieren, ähnlich wie wir Journalisten, die auch immer die ganze Zeit in unserem Bubble sitzen. Man verliert den Zugang zu der Realität, zu anderen normalen Leuten. Und eine von den grossen Stärken des Militsystems ist ja nicht einfach, dass es einfach günstig ist. Und der Punkt ist der, dass der Volksvertreter eben wirklich immer wieder mit dem Volk zu tun hat. Das heisst, er hat einen Beruf. Er ist vielleicht Krankenschwester oder er ist vielleicht Arzt oder sie ist Anwältin. Und dann hat sie mit Kunden zu tun, hat mit Klienten zu tun, hat mit Leuten zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass ein Politiker überhaupt weiss, was soll er da vertreten. Ja, aber genau, wenn du die Vorstöße anschaust, geht es eben in die andere Richtung. Man soll mehr in Bern sein, man soll auch mehr Geld haben zur Unterstützung von dem Mandat. Ob die das dann wirklich nutzen und sagen, ich brauche das Geld tatsächlich für einen persönlichen Mitarbeiter, ist ja die Frage auch noch offen. Man kann das ja dann auch selber beziehen. Aber das Risiko… Ah, das darf man? Ja. Man darf es selber beziehen? Ja. Man kann natürlich so bescheissen. Man kann natürlich dem Partner nachher noch ein Mandat geben oder so. Aber auch das, der geht doch eigentlich nicht. Also wenn man keinen persönlichen Mitarbeiter anstellt, dann sollte man das Geld dann nicht bekommen. Ja, es ist dann so eine Idee, ja, dann machst du die Arbeit selber, oder? Das muss man sich ja dann auch leisten können und sagen, ich kann die Zeit aufwenden und ich brauche keinen persönlichen Mitarbeiter. Aber im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, mehr Geld, mehr in Bern und noch mehr Absicherung, sei es jetzt das BVG, Unfallversicherung, dass es wirklich einfach auf die Berufspolitik eigentlich rausläuft. Was ja auch interessant ist bei diesem Thema ist einfach, wir hatten ja ein paar Volksentscheide zu dem. Und das Volk hat noch nie, so wie mir das Recht ist, hat es noch nie eine Abstimmung gegeben, wo das Volk gesagt hat, ja, wir wollen, dass die Entscheidigung rauf geht, oder wir wollen, dass ihr Berufspolitiker werdet, oder wir wollen das und dies. Das ist ja eigentlich das Stossendste, dass das Parlament sich selber bedienen kann. Das geht einfach nicht. Das ist ja rein von der Corporate Governance ist das eigentlich eine Zumutung, dass die, die sich, eben, das ist ja, wenn du und ich auch für uns den Lohn selber geben können, das geht nicht. Es ist ein staatspolitisches Problem, dass du sagst, das Organ, das sich den Lohn bezieht, noch selber kann über die Höhe debattieren und darüber entscheiden. Und dass du teilweise auch gar nichts politisch dagegen unternehmen kannst. Es gibt wenig Fälle, wo das geht. Gut, man kann Referenden ergriffen oder Volksinitiative machen, das muss man unbedingt, weil ich glaube, das muss man jetzt einfach stoppen. Eben, dass es nicht von alleine an die Turnen kommt, sondern du musst wirklich als Bürger, als Wähler, musst du aktiv werden und sagen, ich möchte, dass es überhaupt an die Turnen kommt, um über die Entschädigung zu entscheiden. Sonst können sie sich das einfach selber geben. Genau. Und ich möchte jetzt das andere Argument noch einmal vertiefen, noch einmal aufnehmen. Nicht vertiefen, noch einmal schnell noch einmal sagen, dass die Leute das richtig verstehen. Es sind zum Teil die gleichen Parlamentarier, die mit wehenden Fahnen jetzt den sogenannten Rahmenvertrag oder die Rahmenverträge unbedingt wollen und wollen zustimmen. Das sollen sie machen. Aber wenn sie das machen, dann finde ich wirklich, es braucht erstens keine höhere Entschädigung mehr, weil sie dann ziemlich viele politische Themen gar nicht mehr schaffen müssen, weil Brüssel arbeitet nachher für sie. Sie tun dann im Prinzip einen grossen Teil von ihrer Gesetzgebungsaufgabe auslagern auf Brüssel. Brüssel, oder besser gesagt, Funktionär für Brüssel, machen dann für uns Gesetz. Also ich muss wirklich sagen, dann kann man das Parlament abbauen. Dann brauchen wir nicht mehr 200, sondern dann langen vielleicht noch 100. Das wäre vielleicht auch eine Halbierungsinitiative, wo man dann auch fassen müsste. Nein, es ist nämlich wirklich pervers, dass die gleichen Leute, die eigentlich wirklich unsere ganze Gesetzgebung, nicht die ganze, aber einen grossen Teil, auslagern wollen, noch kurz behalten, sich für das noch besser zu zahlen lassen. Also das ist eigentlich eine Zumutung. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Die FDP Schweiz hat, ja das ist interessant, zum Wohnen sich vernehmen lassen. Genau, Sie haben heute zur Medienkonferenz eingeladen und halten zuerst einmal fest, eben im letzten Jahr sind nur 35'000 Wohnungen gebaut worden, Zuwanderung aber im sechstelligen Bereich. Und der Christian Wasserfaller, der FDP-Nationalrat, hat gesagt, das ist ein neuer Minusrekord. Und darum, wenn Sie die Thematik vom Wohnen angehen, Sie haben einen Sechs-Punkte-Plan entwickelt, muss man ehrlich gesagt sagen, nichts wirklich Neues. Das Problem, das man schon lange kennt, die Lösungen, die zum Teil auf dem Tisch wären, ihnen geht es darum, dass man die Bürokratie abbaut, dass man verdichtet, der Slogan ist ein Stock höher. Sie sagen aber, es darf auch gerne mehr sein, also man muss in die Höhe verdichten. Man braucht auch weniger strenge Regelungen, was den Lärmgrenzwert zum Beispiel anbelangt. Ja, es ist so ein bisschen die klassischen Mittel der bürgerlichen Politik im Wohnbau. Gut, also erstens, dass es all die Rezepte sind, das spricht ja nicht gegen Rezepte. Nein, überhaupt nicht. Wir vertreten hier ja immer wieder den gleichen alten Schrott. Das ist ja unsere Aufgabe. Nein, aber den Punkt finde ich vor allem wichtig, also Bürokratie abbauen, unbedingt. Denkmalschutz kaputt machen, Heimatschutz auflösen, nein, ist jetzt alles übertrieben. Aber wir haben wirklich, das Pendel muss jetzt einmal in die andere Richtung schlagen. Es ist so mühsam geworden, vor allem in den Städten, vor allem in Basel, in Zürich, in Genf, in Bern. Es ist so mühsam geworden, zu bauen. Es gibt so viele Vorschriften, es gibt aber auch Einsprachen. Es gibt einfach einen unglaublichen byzantinischen Wirrwarr. Das muss aufhören, sonst können wir nicht mehr bauen, das stimmt. Das Zweite, ich bin bei der Verdichtung, muss ich schon sagen, hin und her gerissen. Weil erstens, wenn man einfach sagt, man kann jetzt höher bauen, das gibt einen massiven Druck auf die Allsubstanz. Dass man nachher eben wirklich die schönen Häuser alle abreisst, die 100 Jahre alt sind. Wir sind hier auch im Nabelspalter in einer sehr alten Liegenschaft aus dem Jahr 1898, glaube ich. Wunderschön, das war die Zeit noch, als die Architekten noch etwas haben können, besser gesagt, es waren Baumeister, gar nicht Architekten. Seit wir akademische Architekten haben, sehen unsere Häuser nicht mehr so schön aus, würde ich sagen. Nein, aber der Punkt ist schon, wenn man höher bauen kann, gibt es einen solchen Druck auf die alte Substanzen, dann werden sehr viele alte Häuser abgerissen. Das wollen wir eigentlich nicht. Und eben, ich meine, warum haben wir eigentlich den Bedarf? Wieso so viele neue Wohnungen? Ich bin völlig fürs Bauen, aber ich bin auch nicht unbedingt dafür, dass wir einfach jedes Jahr, jetzt wie das letzte Jahr, 150'000 Menschen mehr beherbergen müssen. Da können wir gar nicht nach. Es ist ja so ein bisschen Symptombekämpfung, oder? Du sagst, du hast die hohe Zuwanderung, es braucht logischweise mehr Infrastruktur, es braucht neue Wohnungen dadurch. Gleichzeitig müsste ich dann aber auch so weitgehend sagen, können wir überhaupt das noch aufnehmen? Kann das die Infrastruktur langfristig überhaupt überleben? Kann sie überhaupt auch den Standard aufrechterhalten, den sie bis jetzt gehabt hat? Und da fehlt mir einfach noch so ein bisschen zu sagen, wir haben nicht nur Lösungen, wie man besser und mehr bauen kann, sondern wir müssen uns auch fragen, wie viel wollen wir tatsächlich bauen müssen. Oder dann sind wir bei dieser Landschaftsfrage, bei der eben alte Häuser bewahren, die Frage muss ich eben auch stellen. Ja, und ich glaube, was wir wirklich, und ich sage jetzt das ein bisschen als Historiker, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, wobei eben, die Schweiz verändert sich, völlig klar, eine Zusammensetzung der Völkerung. Aber eigentlich gehört es natürlich ein bisschen zum Reiz der Schweiz, dass wir keine richtig grosse Städte haben, dass wir eigentlich Dörfer haben, kleine Städte und so weiter. Zürich ist jetzt mit 400, glaube ich glaube 450'000 Einwohnern, das ist obere Grenze für das, was wir rein kulturell normal finden in diesem Land. Es ist einfach so, man kann das bedauern und sagen, ja, wieso wollen wir nicht in Shanghai leben und so weiter. Ja, das wollen jetzt die Schweizer halt nicht. Und ich glaube ja, die meisten Leute, die zuziehen in die Schweiz, sagen ja genau das. Ich meine, du gehörst das auch ganz viel, du hast ja auch viel zu tun mit Expats und so weiter. Ich kenne fast keine Ausländer, die nicht sagen, es ist so schön, dass die Wege so kurz sind in der Schweiz, dass Zürich eben auch eigentlich eine Kleinstadt ist, die alles hat. Aber ich muss nicht irgendwie wie in Paris oder in Berlin vier Stunden im Tram sitzen, bis ich irgendwo einkaufen kann. Das ist ein riesiger Vorteil, aber es ist auch kulturell. Wir sind Kleinstädter, wir sind Kleindörfler, wir wollen nicht Hongkong, wir wollen nicht Hongkong. Und das, was da immer wieder gesagt wird, Verdichtung und so weiter, ja, das hätte man in Hongkong auch machen müssen. Warum? Weil man das Territorium nicht mehr hätte ausdehnen können, weil Chinesen natürlich keine neue Territorien abgeben haben. Und dann hätte man verdichten und gehen jetzt mal auf Hongkong, wie das aussieht. Faszinierend, aber ich glaube nicht, dass wir wollen, dass Grenchen oder Langetal so aussehen. Wir wollen dann vielleicht nicht, dass Basel-Stadt sich verändern. Wir haben nämlich dort sicher noch eine kurze Meldung, wo wir sagen müssen, es waren ja Wahlen am Sonntag. Und der frühen reinge SP-Nationalrat, der Mustafa Adlici, ist dort jetzt in die Regierung gewählt worden. Genau, wir gratulieren. Das ist, glaube ich, immer so eine Sache, gell? Jetzt sagt man da wieder, das ist der erste Regierungsrat mit Migrationshintergrund. Ja, Entschuldigung. Irrsinnig viele Bundesräte, zum Beispiel von uns, haben auch Migrationshintergrund. Entweder haben es eine französische Mutter oder einen deutschen Vater. Also Migration ist ein Thema, das die Schweiz seit 16. Jahrhundert begleitet. Von dem her bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also es haben wahnsinnig viele Leute in unserem Land, haben Migrationshintergrund. Aber wir gratulieren. Ich kenne den Mustafa Adlici eigentlich nicht richtig gut. Trotzdem, dass ich da in Basel gearbeitet habe, ich kann ganz wenig Intelligenz dazu sagen. Ich kann einfach sagen, die SP hat eine so eine starke Stellung in Basel-Stadt, dass sie, das klingt jetzt wieder blöd. Sie kann eigentlich jeden aufstellen. Es ist ein bisschen wie die Stadt Zürich, oder? Die SP kann auch jeden aufstellen. Aber ich wollte nichts gegen Adlici gesagt haben. Ich weiss es nicht, keine Ahnung. Aber wir bleiben gespannt. Er hat immerhin den Sitz von Beat Jans ja übernommen. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Dass wir das anschauen, was bringt Mustafa Adlici für Basel-Stadt. Genau. Und es ist eigentlich völlig egal, wo er herkommt. Er soll einfach eine gute Arbeit machen. Was bei einem Sozialdemokrat schon wahnsinnig viel wäre. Also da wären wir schon sehr zufrieden. Gut, gehen wir noch zu einem Thema, das die EU betrifft. Unser Lieblingsverein hier. Umfragen in der EU sind bekannt worden. Oder was sind dort die wichtigsten Resultate? Ja genau, am 9. Juni sind ja Wahlen. Und alle machen sich logisch ein bisschen Sorgen, wie das rauskommt bei den Parteien in den Ländern. Und jetzt gibt es von der Ipsos eine Umfrage, die sie gemacht haben für die Newsplattform Euronews. Und dort ist grundsätzlich um die Zufriedenheit gegangen mit der EU-Kommission. Und 63% ist unzufrieden oder hat keine Meinung zu der EU-Kommission. Also man findet auch keine Mehrheit, die sagt, ja mal, die machen einen guten Job. Nur drei Mitgliedstaaten haben eine Mehrheit gesagt, sie sind zufrieden mit dieser Arbeit. Portugal, Dänemark und Spanien. Die sind zufrieden. Dann der Tiefpunkt ist bei Österreich. Deren sehen doch 41%. Das ist einfach negativ. Und das erstaunt mich aber an dem Ganzen, dass man doch sieht, es hat viel Kritik daran. Man findet praktisch überall eine Mehrheit für die EU-Mitgliedschaft, ausser in Tschechien. Ja gut, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt sehr überrascht, dass die Tschecher den Mut haben, das überhaupt zu sagen, weil es braucht eigentlich Mut, dass man sagt, wir können ohne EU, weil es ist noch interessant, ich meine, die meisten Leute offensichtlich in der EU haben das Gefühl, es geht nicht anders. Sie sind zwar nicht zufrieden, aber sie finden, ja, es geht nicht anders. Es war ja der, der der Brexit beschlossen worden ist von den Engländern. Noch heute behaupten alle Leute in der EU, ja, das ist jetzt die Gottesstrafe, dass England geht es nicht mehr so gut dabei ist. England sind 30, 40 Jahre nicht gut unterwegs und zwar eben auch schon nicht gut unterwegs gewesen und der EU hat überhaupt nichts geholfen. Man hat ja eigentlich das Gefühl gehabt, es bringt etwas, aber es hat eben beides nicht geholfen. Gut, der Punkt ist, die EU zeigt doch immer wieder, dass die Mitgliedstaaten eben alles alte Monarchien sind, wo man ein bisschen über den König früher unter Schumpfen hat und dann ab und zu eben in Paris ist man ab und zu auf die Barrikade. Oder die Spanien hat man auch ein bisschen gefeffelt und so weiter. Aber am Schluss vom Tag sagt man, ja gut, es ist halt, wie es ist. Da gibt es eine Obrigkeit und die macht jetzt das einfach und nicht kommt das ein bisschen so vor. Es hat schon ein bisschen etwas von dem, vor allem wenn man die hohen Zustimmungswerte für die EU-Mitgliedschaft anschaut. Es ist so und es ist eigentlich gut so. Mein anderer Gedanke war immer, wie weit ist auch die EU-Kommission bei den EU-Bürgern, dass man sagen kann, hey, ich kann wirklich sagen, ich finde das aktiv schlecht, was die machen, weil es ist so ein bürokratisches Geflecht, um als Bürger, der sich vielleicht nicht jeden Tag mit Politik interessiert, zu sagen, das hat die EU-Kommission falsch gemacht, das ist nicht so, wie ich das wollte, sondern es ist so abstrakt, es ist weit weg und dann wirklich können zu sagen, mit dem sind wir unzufrieden. Das finde ich noch eine Herausforderung. Absolut und ich glaube, das ist eben auch das Gefährliche an diesem Gebilde. Es ist ja eine totale Diffusion der Verantwortlichkeit in dieser EU. Man hat ja eben, man hat zwar die 27 Mitgliedstaaten, man hat dort Regierungen, wo alle gewählt sind, demokratisch gewählt sind, aber nachher in Brüssel kommen die Regierungen zusammen und machen den Entscheid, wo es auch im Mehrheitsprinzip gilt. Das heisst eben, dass ich als einzelner Bürger, auch bei den Wahlen, wenn ich meine eigene Regierung abwähle, weil ich finde, die EU geht in die falsche Richtung. Ich habe null Einfluss auf die Politik der EU. Also das, was in der EU passiert, was in allen EU-Mitgliedschaften enorme Folgen hat, die meisten Bürger unterschätzen nämlich, wie viel das Brüssel schon alles entscheidet. Wenn die deutsche Autoindustrie jetzt irgendwie bald einmal kaputt geht, dann hat das mit Brüssel zu tun, nicht mit Berlin. Das wissen die Leute aber eigentlich nicht, weil, und das ist schon das Raffinierte an diesem Gebilde, einfach die Verantwortlichkeit ist nicht mehr klar. Und ausbaden, dann musst du es ja dann auf der nationalen Ebene, oder, wenn du dann merkst, dass gewisse Regulierungen negative Auswirkungen haben für die Mitgliedstaaten, dann wird das auf nationaler Ebene diskutiert. Du musst auf nationaler Ebene hinstellen und irgendwie das verteidigen als Politiker. Die werden das die Verantwortlichen wahrgenommen und dann sagen, es ist die EU immer ein bisschen schwierig, weil es ist einfach nicht greifbar. Genau, und das ist wirklich gefährlich, weil es eigentlich eine Unterminierung darstellt von der Demokratie, oder, weil, wenn ich als Wähler, und ich meine, die anderen Länder jetzt ausserhalb von der Schweiz, die sind ja alle, sind alles repräsentative Demokratien, das heisst, sie haben eigentlich einfach halb vier Jahre Parlamentswahl, oder halb fünf Jahre, oder so, und das ist die einzige Möglichkeit, dass du als Bürger Einfluss auf die Politik nehmen kannst, was ja eigentlich der Witz ist von der Demokratie. Und wenn das keinen Einfluss mehr hat auf die Gesetze, die in deinem Land gelten, weil es halt einen Mehrheitsentscheid gab, wo du deine Regierung nicht einmal dafür schuldest, dann höhlt das natürlich die Demokratie aus, oder höhlt auch vor allem das demokratische Bewusstsein aus. Und am krassesten hat man ja das dort in Griechenland erlebt, in der Euro-Krise, wo die EU eigentlich einen Austeritätskurs den Griechen aufgedruckt hat, wegen dem Euro, damit man den Euro retten kann. Und die Regierung, oder besser gesagt, nein, das Volk in Griechenland hat dann extra eine andere Regierung gewählt, die gesagt hat, wir machen es nicht so, wie es die EU will. Und dann haben sie ja das gleich gemacht, deshalb ist ja der schillernde Finanzminister Waruf Akris nachher zurecht gegangen, weil er gemerkt hat, ich kann gar nichts anrichten. Es wird sicher spannend, wenn wir auf den 9. Juni schauen, aber ich glaube, was wir können festhalten, so als Mies-Fazit, die Bewegungen, die aus der EU austreten, die sind ein bisschen durch im Moment. Ich glaube, es läuft mehr aus der Kritik von Ihnen. Mal schauen, wie erfolgreich es wird sein. Genau, und das war es heute, an dem 8. April, am Montag 2024, der Amkami Lothar und der Markus Somm auf Berne einfach auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt von uns reden, ihr könnt euren Freunden von uns zu erzählen, ihr könnt uns höch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Berne einfach. Sponsort von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. und so weiter ... So you may, go dafür ... Ale kettle, Selbstbestimmter premiumsarbeit.ch,